Hallo und herzlich willkommen bei aufgezeichnet.tv, das Spezial zur Animagic 2012. Ich bin hier in Bonn und das Wetter ist leider nicht so schön, aber wir lassen uns den Spaß davon nicht verderben. Komm mal mit! Das Schöne an der Animagic ist, dass man immer gute alte Bekannte treffen kann. Also ich erkenne hier schon Ruffy, Sailor Moon und Avatar und du bist? Zorro. Zorro, ja auf jeden Fall, natürlich. So, schau mal hier, der Großbritannien. Unter die japanischen Figuren mischen sich zunehmend auch Gäste aus Hollywood. Wow! Ist das alles selbst gemacht? Selbst gemacht, selbst zusammengebaut? Selbst zusammengebaut, aber momentan, ich mach mal lieber auf. Das ist selbst zusammengebaut, mehr oder weniger, aber ich hab nicht die Einzelteile konstruiert, ich hab die ja schon fertig gekauft, kann man sagen. Das hat trotzdem viel Arbeit zu machen. Der kreative Einfallsreichtum der Cosplayer scheint keine Grenzen zu kennen. Ich bin immer wieder beeindruckt. Wow, hallo! Wie heißt du? Ich bin Kessandra. Und was ist das für ein Kostüm? Wen soll es da sein? Das ist Element Erde und es ist ein Eigencharakter. Also alles selbst entworfen und... Alles selbst entworfen, ja. Es ist kaum zu glauben, was es hier alles zu bestaunen und zu entdecken gibt. Hat sich einiges geändert. Auf meiner ersten Con in Paris holte ich mit 15 sogar mal den ersten Preis für mein Cosplay. Heute ist der Aufwand viel größer. Also das Kostüm sieht wunderschön aus. Wen sollst du darstellen? Ähm, Nancy von Shining Hearts. Was wiegt denn so ein Ding? Ich schätze mal 10 Kilo. Wow, und das schleppst du jetzt den ganzen Tag um? Das schlepp ich jetzt den ganzen Tag um. Ist das hier leichter? Das kannst du mit links heben. Das ist super leicht. Oh, guck mal, da ist der Weihnachtsmann. Was macht denn der Weihnachtsmann hier? Ist doch noch gar nicht Weihnachten. Ich kontrolliere nur die neuen Cosplayer. Ah, kontrollieren. Also nur wer gute Cosplays hat, kriegt dann auch Geschenke zu Weihnachten. Ja, die wollen lieb zu müssen. Ah, okay. Nur die, die mit umarmen wollen. Ah, dann muss ja. Dankeschön. Da ein Bild ja mehr als 1000 Worte sagt, haben sich die Macher von Cosplays.de etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich bin hier jetzt auf der Wiese in einem Zelt und hier gibt es ganz, ganz viele Cosplay-Fotos. Was wird hier gemacht? Ja, die Idee ist, dass hier auf der Animagic kommen ganz viele Leute, die ganz toll kostümiert sind. Die geben sich auch immer sehr viel Mühe mit ihren Kostümen und wir wollen einfach, dass die Leute eine gute Erinnerung mit nach Hause nehmen. Sie haben ein schönes Kostüm gemacht und deswegen machen wir hier Fotos von den Leuten. Jeder, der hierher kommt, kriegt ein Foto von sich und kann das dann auch mit nach Hause nehmen. So ist es eine schöne Erinnerung. Das ist die Idee von dem Stand. Die Animagic 2012 ist aber auch nicht nur eine Augenweide. Hier werden auch ganz gehörig die Trommelfälle bearbeitet. Ja, ich bin hier auf der Bühne mit der Trommlergruppe Amaterasu und als Halbjapanerin habe ich natürlich einen ganz besonderen Bezug zum Trommeln. Da wollte ich mal fragen, wie kommt man dazu in Deutschland zum Trommeln? Ja, ich bin auch halbjapanisch und habe deswegen auch natürlich einen großen Bezug zu Japan. Und ich habe es einmal vor langen Jahren im Fernsehen gesehen. Kodo ist ja diese große japanische Trommelgruppe. Ich habe gedacht, wenn ich das irgendwo hier lernen kann, wollte ich das gerne lernen. Und ich bin zu der Originalgruppe, die hier in Deutschland angefangen hat. Bei Tenteco habe ich angefangen. Ich habe viele Jahre dort auch gespielt und habe seit sieben Jahren meine eigene Gruppe Amaterasu Taiko gegründet. Und liebe das Taiko vom Herzen sehr. Ja, also ich finde, das kann man auch so richtig fühlen, wenn man vor der Bühne steht. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne, vielen Dank. Jetzt habe ich aber erstmal Lust auf Sushi. Hier gibt es jede Menge Leckereien, die helfen, Geist und Seele im Einklang zu halten. Ich setze mich hier einfach mal dazu. Hallo nochmal. Upsi. Hallo. Hi. Oh, lecker Sushi. Ja, ich liebe Sushi. Oh, das ist ja süß. Süß, ne? Oh, das ist von Naruto, oder? Ja. Oh, ja, ist geil. Die Animagic ist vor allen Dingen immer wieder ein Gemeinschaftserlegnis. Ein plötzlicher Wolkenbruch stört die meisten Besucher nicht. Einige aber schon. Das Land ist guter, weit und breit. Die Kraft, die in dir steckt, wird durch mich befreit. Von der Begeisterung der Zuschauer angesteckt läuft auch Stargast Kanako Ito zu Höchstform auf. Hallo Sam. Hallo. Wie ist das eigentlich, sind solche Veranstaltungen wie diese sehr wichtig für Verlage wie Tokipop? Ja, das ist ultra wichtig. Also uns geht es ja darum, dass wir immer den Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern haben. Und auf so einer Veranstaltung wie hier auf der Animagic ist das grandios, weil alle kommen zu uns an den Stand. Man kann mit allen sprechen. Man hört auch neue Wünsche, was für Serien man halt einkaufen kann in Japan zum Beispiel. Und es ist einfach wunderschön, dass wir dann mit den Leserinnen und Lesern reden können. Weil im Endeffekt, wenn man dann im Büro sitzt, ist man ja immer weit weg. Und insofern ist so eine Veranstaltung, gerade halt wie gesagt wie hier, ganz traumat für uns. Also macht richtig Spaß. Für viele Manga-Fans ist der Kontakt zu ihren Stars die Hauptattraktion der Animagic. Künstlerinnen wie Inga Steinmetz nehmen sich für die Fans gerne ausgiebig Zeit. Ja, bei Tokipop ist ja Alpha Girl jetzt das Neueste von dir. Und wie bist du denn dazu gekommen, diese beiden Genres, also Erotik mit mehr Shoujo zu mischen, das ist ja recht schön. Aber wie kam es denn dazu? Alpha Girl war am Anfang ein privates Projekt, das ich zwischen zwei anderen Projekten gemacht habe, also sozusagen aus Spaß. Und ich hatte es dann online veröffentlicht, waren schon Seiten oben und die Leute mochten es eben. Und irgendwann meinte dann Tokipop, Inga, du hast doch da dieses Projekt. Was ist eigentlich damit? Und ich so, hm, soll das veröffentlicht werden? Möchte ich quasi meinen Namen unter einen Erotiktitel setzen? Das ist ja schon irgendwie eine Entscheidung. Und dann dachte ich so, ach, warum eigentlich nicht? Und ja, der erste Band ist jetzt erschienen und ich sitze am zweiten und wir schauen mal. Die deutsche Manga-Szene ist auch dieses Jahr wieder prominent vertreten und überaus gut gelaunt. Hallo David! Hallo! Wie geht's dir? Ja, ganz hervorragend, jetzt wo du da bist. Erzähl mir doch mal, was bei dir der aktuellste Band ist und worum es daran geht. Also bei Tokio Pop speziell ist es jetzt gerade Serious Sausage Slotter. Das ist die neueste Veröffentlichung. Es gibt mittlerweile schon neue Projekte, an denen ich arbeite, an denen ich zeichne. Das wäre dann 78 Tage auf der Straße des Hasses. Erscheint im September. Ich weiß es nicht genau. Ich habe meine Deadline ein bisschen verraselt. Es kann auch sein, es wird Oktober oder Weihnachten draus. Es ist ja das perfekte Weihnachtsgeschenk. Serious Sausage Slotter, was jetzt schon erhältlich ist, ist ein neuestes Werk aus dem Manga Madness-Universum. Es geht um Antoman als Detektiv und er hilft einem trotteligen Ermittler im Raum Chemnitz bei einer Jagd nach einem Serienmörder, dem sogenannten Würstchenkettenbürger. Und es ist ein sehr spannender Krimi, der als interaktives Projekt mit der Online-Community entstanden ist. Der Kontakt zwischen Lesern und Künstlern ist wohl in keinem Genre so eng wie beim Manga. Manchmal haben die Fans sogar Einfluss auf das Werk. Auch Stupid Story von Anna Hollmann ist so ein interessantes Beispiel. Hallo Anna. Hallo. Für alle, die deine Serie noch nicht kennen, was passiert eigentlich in den drei Bänden? Ja, also die Geschichte ist eine Romanze und sie ist eigentlich nicht ernst gehalten, eher witzig. Es soll auch gar nicht ernst sein. Es soll die Leute unterhalten, sie sollen Spaß am Lesen haben. Und ja, Band 1, es lernen sich zwei Jungs kennen. Also der erste Band ist praktisch das Kennenlernen und dass ein Charakter Gefühle für den anderen entwickelt. Und Band 2 geht es dann weiter mit der Frage, ob der andere auch was für ihn empfindet. Und das Ende ist offen. Und Band 3 ist eben ein Bonusband, der auf Wunsch entstanden ist von meinen Lesern, weil sie mit Band 2 noch nicht ganz zufrieden waren. Oder sagen wir mal, es war ihnen noch nicht genug. Und dort klärt sich alles in Band 3. Auf der Animagic kann man sich ganz hervorragend einen Überblick über die heißesten Neuerscheinungen verschaffen. Denn natürlich sind alle wichtigen Verlage vertreten. Und überall flitzen Stifte übers Papier. Bei meiner Entdeckungstour werden auch Mädchenträume wahr. Ein Mann, der sich mit Puppen auskennt, ist für mich nur eine von vielen Überraschungen dieser Animagic. Also ich habe vorhin diese ganzen süßen Puppen gesehen und ich wollte mal wissen, woher kommen die eigentlich? Die kommen aus Asien, aus Japan genauer gesagt. Und wir als Plastipop sind Importeur der Puppen und dabei handelt es sich um Sammler-Dolls. Die erscheinen jeden Monat in unterschiedlichen Auflagen und einmal abverkauft gibt es die auch nicht mehr, also werden nicht mehr nachproduziert. Von daher steigen die auch relativ schnell im Wert. Die Dolls fangen so in der Preisspanne bei 100 Euro an, gehen aufwärts und so die teuersten werden mittlerweile bei Ebay so für 1000 Dollar angeboten und gehen auch darüber über den Ladentisch. Wow, das ist unglaublich. Kann man da genauso wie bei den BJDs dann Haare austauschen und so weiter? Das ist auch möglich. Die Dolls kommen selber mit einem eigenen Thema jeden Monat und da ist alles dabei von der Perücke, Face-Up, Klamotten, Schuhe etc. Du hast aber auch die Möglichkeit, die Doll nach deinen eigenen Wünschen zu gestalten. Also du kannst die Perücke austauschen, die Augen austauschen, Kleidung wechseln, was viele auch nicht wissen, denen passen auch die Sachen von Barbies. Also wenn man auch alte Barbies überhat, kann man da die Kleidung austauschen und die passen dann. Hallo! Na? Wie geht's euch? Ich habe noch was zu tun. Oh, danke schön! Oh, super! Es ist schön! Ein Lesezeichen! Ja. Oh, danke schön! Darf ich euch knütteln? Ja. Dankeschön! Die Zeichenschule Manga Hamburg leistet Nachwuchsarbeit der ganz besonderen Art. Hier kann jeder ausprobieren, wie sich hochprofessionelles Arbeitsgerät anfühlt. Da bekommt selbst dieses unbekannte Nachwuchstalent ganz passable Ergebnisse hin, oder? Hier vorne ist der Stand von The Curse Tide. Da habe ich meinen allerersten Manga veröffentlicht. Und wir gehen mal Hallo sagen. Hallo! Hallo! Hi! Hi! Hier ist viel zu sehen, dass man eigentlich auf Rollschuhen kommen müsste, um alles zu schaffen. Wie gut, dass es auch immer wieder kleine Sitzgelegenheiten zum Verschnaufen gibt. Die Schwertkämpfer im neuesten Anime-Knaller von Kaze gönnen sich hingegen keine Pause. Wie sowas live und in Farbe aussieht, ist ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms. Hallo! Hallo! Ja, ich sehe hier wird gekämpft. Am Schwert kann ich aber erkennen, das ist kein Kendo, oder? Wie heißt diese Kampfsportart? Diese Kampfkunst nennt sich Aikido. Ist auch eine Kunst aus Japan. Wobei der Schwert oder Stockkampf mit Waffen nur ein Element ist. Eins fehlt mir noch zum Abschluss. Mein ganz persönlicher Schnappschuss. Ja, das war's auch schon von aufgezeichnet TV Spezial auf der Animagic 2012. Ich hoffe, dass die, die nicht da waren, einen schönen Einblick gekriegt haben, wie es hier war. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei aufgezeichnet TV und sonst sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!